Die Augen Buddhas des Erleuchteten durchdringen auf dem asiatischen Kontinent die Herzen vieler Menschen. Ihm zur Seite die Götterwelt des Hinduismus mit ihren oft erschreckenden Bildnissen. Das Rad der Wiedergeburten und die Erlösung im Nirwana bestimmen das Leben. In Asien steht die Spiritualität im Mittelpunkt des menschlichen Strebens. Glänzendes Gold schmückt die Tempelbauten. Im Norden, begrenzt durch die Gipfel des Himalaya, hinterließen Hochkulturen ihre Spuren. China, das Reich der Mitte. Jahrhundertelang hatte es sich vom Rest der Welt abgeschottet. Die große Mauer stemmte sich gegen mongolische Reiterhorden. Sie ist heute eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit. Indien mit seinen sagenhaft reichen Maharajas, die in trutzigen Burgen residierten. Das Meer schützte Japan lange vor seinen Feinden. Die Kriegerkaste der Samurais errichtete prächtige Wehranlagen. Vor den Küsten Asiens liegt der blaue Kontinent des Pazifiks, in dessen Weiten sich die Inseln der Südsee verlieren. Im 18. Jahrhundert berichteten Seefahrer vom Zauber am anderen Ende der Welt. Australien zeigt sich als gewaltiger Kontinent mit vielen Gesichtern. Vom Ayrs Rock im Outback bis zum Great Barrier Reef. Hunderte Meilen hatten sie in Auslegerboten auf offener See zurückgelegt. Dann tauchte das Land der weißen Wolke vor ihnen auf. Neuseeland. Die Maoris besiedelten zwei Inseln im Pazifik, die alles bereit hielten, was sie zum Überleben brauchten. Heutige Besucher heißt der Haka willkommen. Er ist gravierbar, die die Inseln im Pazifik, in der wir die Inseln im Pazifik, die inirdischung des Pazifikasen eingestetwas. Der Haka «Fatik-Babin-Ari-Dieskamos» in der justen Zeit. Der Haka «Fatik-Babin-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein». Der Haka «Fatik-Babin-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein-Ari-Vein» in das Waste gebaut.